servus liebe ball of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit neuen informationen zum thema tapferkeitspunkte die ja mit patch 9.1 0.0.5 eingeführt werden das bedeutet wir haben quasi eine kleine änderung in sachen wir können mehr punkte halten zumindest in der ersten woche das bringt aber ein bisschen nachteile mit sich ist irgendwie nicht so ganz durchdacht worum es geht erkläre ich im video wenn euch das ganze gefällt lassen like unten abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir rein jedenfalls sieht es so aus dass wir innerhalb der ersten woche auf 5000 tapferkeitspunkte gecappt sind das bedeutet dass wir uns in einer woche theoretisch 5000 dieser punkte erspielen und für gear ausgeben können das problem an dieser sache ist aber dass wir nicht mehr als 1500 punkte gleichzeitig halten können mit unserem char das macht jetzt ein bisschen tricky das ganze wurde in einem blut post erklärt also wir haben das käme von 5000 punkten können aber erstmal nur weil sie sich 1500 erspielen müssten die dann ausgeben dann wieder 1 5 holen ausgeben und dann noch mal 1 5 holen ausgeben und noch mal 500 also alles irgendwie ziemlich kompliziert in der zweiten woche wird dann das cap auf 5750 erhöht also immer um 750 so ein bisschen wie bei den eroberungspunkten also es wird dann immer das cap wöchentlich ausgeweitet in der zweiten woche oder in week 3 sind es dann 6500 und so weiter und so fort und das skaliert dann pro woche um 750 nach oben heißt vierte woche 7250 und so weiter und so fort das problem an der geschichte ist wie gesagt wir können nicht so viel halten und das wird sich dann auch in den nachfolgenden wochen nicht verändern wir können zwar bis ans cap haben aber die punkte nicht aufheben also es nicht möglich beispielsweise zu sagen oh ich sammeln mir jetzt in der ersten woche die 5000 anhebt die mal auf falls ich ein upgrade kriege und das war's dann da habt ihr euch geschnitten das geht leider nicht ihr müsst dann immer nach 1500 ausgeben und was kieren was das ganze dann erschwert ist die sache dass ihr die punkte nicht für gear ausgeben könnt welches ihr vor patch 9.0.5 erhalten habt das heißt wenn ihr in der ersten woche direkt diese 5000 punkte ausnutzen wollten müsst ihr richtig viel sparen und euch richtig viel gear holen um das upgraden zu können was vielleicht aber auch nicht so einfach geht da ja maximal 210 droppen kann aus 15 erinnis und das ganze erfordert also ziemlich viel grind wenn ihr beispielsweise sehr sehr gute items auf 220 haben wollt ist also alles nicht so einfach zumindest in der ersten woche ist ganz nett dass wir insgesamt 5000 punkte farmen können aber ich finde blizzard hätte auch ruhig das cap an punkten die wir halten können auch etwas erhöhen sollen weil so ist es ja weiß ich nicht nicht so ganz optimal merkt wie so eine gequälte lösung um ein bisschen auf die spieler zuzugehen dass sie mehr punkte farmen können aber so ganz richtig durchdacht finde ich ist persönlich auch nicht müssen wir mal gucken wie sich dann auswirkt höchstwahrscheinlich ist es nämlich so dass man weiß nicht 1500 punkte ansammelt man hat kein item welches man gerne upgraden möchte und dann ist eigentlich alles zum beispiel berufungen sammelt man ja auch punkte durch sind danach die man dann macht die punkte eigentlich verschwendet weil man sie nicht mehr halten kann deswegen das finde ich ein bisschen schade aber mal schauen was sich blizzard da vielleicht für die zukunft noch einfallen lässt eventuell wird das ganze system ja auch noch mal angefasst in diesem sinne schreibt mir gerne in die kommentare was ihr von dieser änderung haltet ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen abend bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video und